Wer macht'n Wurde losgehen kann und drüber auch so? Also, wir kommen bei einem neuen Let's Play hier, äh, wieder mit Garry's Mods. Das ist einfach Schüssel, der nicht wegkommt. Und, ja, wir sind ja schon gleich ein Landmenschchen. Und spielen wir auch gleich schon. Jo. So, ähm. Ich muss kurz am Vira schließen, und es fängt mein Spieler zu. Ich muss die Spieler schnell lügen. Also, bis gleich, ja. Tschüss. Tut mir leid, ne? Nein, Frau. Detektiv? Detektiv, komm her. Ich hab' angeschaut. Ach, ich weiß jetzt gerade nicht, diese beiden. Ich bin wieder in Ordnung. Ja, kommt auch nicht. Das kann so nicht kaputt machen. Ich bin... Ups, wir hab' ich nicht verlieben verloren. Ja, und mach' so? Ja, und mach' so? Ja, doch, Alter. Das bist du, warum random stone-schief gehen? Frau, oder? Ich hab' gar nichts mehr. Nein, Junge. Junge Gereih. Ich hab' den Instalter, als Mann. Ja, nicht zuerst drei aus. Lecker rum. Mein Gott, Lukas, zu Putin. Ich kann nichts tun, ich lecker. Vielleicht wird's so. Ähm, ja, was gibt's zu erzählen? Du mir leid. Also, das wird keine Videos hochgefahren. Jetzt wird mir auch Videos hochkontakt. Und wir haben jetzt ein Upload-Klan erstellt. Ich hab' den Täter gekillt. Ich hab' den Täter gekillt. Ich hab' den Täter gekillt. Und ich muss hier schnell einen killen. Und das kann dabei passieren. Weil er einen anderen gekillt hat. Ach, gut, oder? Was? Ähm, Markus. So, ich mach' das jetzt. Bis gleich? Jetzt wurde ich schon untergeschnipiert. Ja, aber deine Sniper, das wär'n. gemacht habe ich habe ich glaube das credo weglaufen soll ja der weiß wahrscheinlich ja der war es nicht mehr so lange gehen während dem kann ich ja ein bisschen informationen wir haben sich darum ist mit dem dritten in einem Wettzimmer reingezogen also dass er es ist an der Anführung die wir in der Webseite haben wir schon angeschossen Köln die Wettbewerbsstattung der Kostierer schattet sich ein neues Mitglied verraten Junge er wird mit einem Waffen geben und wahrscheinlich ist es mit dem Wiener der Verkennung der Hälfte möglichen aber jetzt ist es fertig dass man will er in das war wahrscheinlich aber und das was es ist da wird auch noch ein Video das hochkommt so viel vorstellbar und für gut die Opfer hat gegen ein paar Kinder das ist es ich bin auf deiner Seite stadt nun er hat er 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 in die kamen hier noch wo habe ich gehört mit dem das ist jetzt wieder weiter ich hoffe ich bin jetzt eigentlich mal wieder Traitor Traitor macht mehr Spaß die Bedeutung an der Hälfte der Ende der Hälfte wird angeschossen wenn er auch mit der Ressort und Sorgte kennt ihr mich hier mal an Schreibern sie geht um die Hälfte an der Sankt das ist ja ein Wettbewerb das war geschickt was was ist was ist ja es gibt es gar nicht zu sagen kann jemand mit mir Sex haben Prozent und zu sagen über in der Regel die Welt und so gut sie ja die Gegenwahl nicht nachdem ist doch klar er selbst er hat ja ich habe die Uhr geschaut und nicht das Video gestartet Berliner Schuppen es ist nicht mehr so ein Geschenk der Leiden ich habe die Kinder holen tut mir echt leid Oh jetzt kommt einer, ich hab's genau gehört Peter, fang mal was, okay? Ich zeig dir, wo ein Trader liegt Das hat's jetzt gerade gebracht Da, den Trader Broco als Trader Ein Brokkoli-Eis, wieso? Ähm, ich hab keine Ahnung, was ich tue Ich krieg sowieso Vollfeld-Minus-Kammer, weil Brokkoli-Eis einfach getötet wurde von Sir Alex oder Eric Also von Eric wurde er getötet Ach, was? Hier kommt noch Hoffentlich Ich hab' er angeschossen Nee Wurder angeschossen Ich hab' er mit dieser Imba da rücksichtigt Ersicht in der Garnung Die Klabe Ich weiß noch ich hab' er Ich hab' er hat mich einfach angestellt schottgarten schiebt der mann kürt noch höchst und dann kommt das ist nicht aufkommt treter checkt ich habe mich nur umgedreht und umgeschaut was dort ist mein ha politische schröpfe ganz ehrlich wer hat mich gerade einfach angeschlossen da unten so ich will treter sein das machen der schwarzen ich zwar schon mal gesagt aber das stimmt wird schon wieder angeschossen so wird ja durch auch hier ist hier hat einer ganze Zeit einen eingeschossen Juppie ich hab sie getötet oh der soll weggehen ach das ist der detective von dem muss ich keine angst haben ich sag denen schnell etwas talk zusammen ja viel mehr gibt es hier gar nicht zu tun also random random kill darf man ja nicht so wie ich es euch in dem Video gezeigt hab ich hab' ich hab' einen B-Fibri-Laden nicht dein Ernst ich hab' die ultimative Kack-Waffe ich hab' beschiffen es auf Level weh beharfen kann und wenn wir den die 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 das war der das sind die 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 weiter du kleiner bittchen ach der ist unendlich das ist doch schön ja 3 ach schon wieder jetzt bitte 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 schlitter bitte trägt er ehrlich ich würde die ganze Zeit nicht nur an die Schuhe mit Dauer irgendwo angeschossen hatte nur noch 20 ab je nach zwei Minuten obwohl ich noch nicht mal was nach komm schon ach vorwärts aber wirklich so so jetzt er hat diesen erik ist gebannt oder so würde mich er enttet das ist die stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle wenn man schon Todesbekommen hast er kann ich nicht durch die ganze spieler in aussehen das macht der typen dorthin die macht das ein kräftiges ich dachte doch dass du musst du musst Gott gestorben ist wer war das dass du eines ich hatte das nicht das mag ich schon wieder auf das was wir doch nicht wieder frau lebt wieder ich habe dann drückt junge ich drücke an zwei minuten habe ich mich nicht wo wir uns nicht mehr entgehen wenn du wie auch verstehst verdammter Tee ähm ja danke alter immer das gleiche mit denen oh coole Waffe es geht los um ho und das war mal gleich verbrennen damit den mann das leiter dort kein bock habe ich gesehen meine leichte vergewaltigen werden da hat sich gut z die neue Prozent der Körnungs Prozent in der Kursschule wieder die Städte ja mich nicht mehr als er hat sie heute und sind schon so gehört ja in der Schwerpunkt der Leiter